So, guckt mal, wir haben hier jetzt unter einer alten Tanne einen Ameisenhaufen entdeckt. Wir machen den nix, aber wir haben extra mal jetzt den Tempo ausgebreitet. Uns ist ein bisschen geärgert, weil nur ein ganz kleines bisschen das Verzeihen uns bestimmt, aber jetzt sieht man sie halt auch gut. Diese Geschäftigkeit, die da auf dem Ameisenhaufen los ist, ist schon nicht uninteressant. Und ihr seht, die sind eigentlich auch, sind wieder diese Waldameisen, die sind größer als unsere, die wir jetzt im Garten oder so haben, die sind vielleicht die Hälfte, höchstens was. Ja, seht ihr, und jetzt haben sie da drauf rum. Ja, ja, aber man sieht sie halt jetzt gut. Wir wollten nur mal gucken, was das ist, und dann untersuchen sie das, und dann gehen sie wieder heim. Ja, wir nehmen es auch wieder mit, wir lassen es nicht hin. Nee, natürlich nicht. Wir wollen die natürlichen Ameisenhaufen natürlich nicht hier irgendwie anders machen. Ja, das ist mal die geschäftlichen kleinen Kerl. Ich glaube es nicht. Vielen Dank.